Naja, naja, ihr habt ja noch etwas Zeit zum Üben. Okay, die dritte Stufe, Trost spenden. Denn eine wirklich wahre, gute Person weiß, wenn jemand Schmerzen hat und wie man ihr hilft. Ein paar Tränen bitte, Wissertmann. Oh nein, Wissertmann, Wissertmann, tut dir was weh, wo ist es denn? Da! Heile, heile Segen, sieben Tage Regen. Hu! Jetzt ihr. Miotismon, wer hat dir das angetan? Ich werde sie sofort auslöschen und ich werde Spaß daran haben. Naja, ansatzweise, bitte die nächste Stufe. Die nächste Stufe lernen wir uns besser kennen. Und da, was ich eigentlich nicht gern mag, aber jetzt zählt jeder eine Eigenschaft auf, die man anderen nicht mag, damit wir uns bessern können. Wissertmann, was gefällt dir an mir nicht? Du bist zu pink. Pink! Pink! Na gut, na gut, das macht nichts. Ich verstehe das schon, ja? Macht weiter. Ihr stinkt. Und deine Fledermäuse kacken das ganze Haus vor. Ich hasse euch Männer. Fuck, du, 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 du. Ähm, ähm, vielleicht besinnt ihr euch doch eher auf eure Gemeinsamkeiten. Ich liebe es, Schwächere zu quälen. Hey, cool. Ja. Wollen wir nicht Freunde sein? Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. 1001 Foltermethoden. Kapitel 8. Feen Digimon quälen. Also, ich denke, die haben ihre Lektion gelernt. Ich liebe es, euch Schwächere zu quälen. Ich dachte, es wäre ein Kinderanime. Wo ist Graf Dracula, wenn man ihn mal braucht? So. Last but not least. Jemand, auf den ich mich ganz besonders freue, weil es ist ein Charakter, den ich kenne. Ein Spiel, das ich selbst gespielt habe und das ich jedem empfehlen kann. Und der es kennt, der weiß, dass es toll ist. Und zwar haben wir Maya Fey. Nenilein wird sie uns präsentieren. Und sie ist aus. Ease a tourney. Ich bin uranulat. Der Fox hat mich gelesen, um jetzt zu holen. Ja, Fox hätte mich vorher einschulen sollen, wegen dem Mikros. Was ist denn das, Peter? Was ist denn das? Lasst mich gehen. Was soll das? Maya Fey. Ich? Sie werden der Vernichtung sämtlicher Ramune-Vorräte Europas verdächtigt. Was? Sowie der übermäßigen Nutzung der Dienste des örtlichen McDonald's-Restaurants und des Verzehrs von zehn Schüsseln Rahmen in einem Zeitraum von unter einer Stunde, was deutlich den Gesetzen des gesunden Menschenverstandes widerspricht. Moment mal! Ich war das nicht. Leugnen Sie nicht. Wir haben eindeutige Beweise. Ha! So sag ich nicht aus. Ich will meinen Anwalt sprechen. Das könnten Sie. Wenn Sie sein Kostüm fertig gemacht hätten, anstatt im Online-Foren zwölf Stunden täglich zu roleplayen. Na gut, na gut, spielt schon die blöde Musik. Ich sag aus. Also gut, ich schwöre, ich habe mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Ich? Ich soll das ganze Ramune in Europa gestohlen haben? Also bitte, ich mag das Zeug doch gar nicht. Also dann war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, mein Cosplay zu machen. Also kann ich's gar nicht gewesen sein. Also, reicht das? Kann ich gehen? Einspruch! Was? Frau Faye, Sie behaupten also, an diesem Cosplay gearbeitet zu haben, richtig? Ja. Wie kommt es dann aber, dass wir hier Beweisfotos haben, die belegen, dass Sie dieses Cosplay bereits auf der AniNight 2010 sowie der Made in Japan dieses Jahr getragen haben? Das... das... ich... Des Weiteren zeigen diese Fotos etwas äußerst Interessantes. Sie, beim Trinken einer Flasche Ramune! Nein, das war alles ganz anders, ich... Warum versuche ich es überhaupt? Ihr hört die Musik. Ich bin erledigt. Damit wäre klar bewiesen, dass Sie, Maya Feng, schuldig sind! Na gut, na gut, na gut, ich geb's ja zu. Ich war's. Zufrieden? Ich hatte Durst. Und Hunger. Das Gericht wird nur unsere Urteile. Kann nicht so schlimm sein. Die angeklagte Maya Feng wird zu einem Drei-Tage-Dauermarathon der deutschen Synchronfassung ihrer Lieblingsserie, The Steel Samurai, verurteilt. Was? Nein! Erbarmen! Erbarmen! Das Urteil des Rechtskräften wird sofort vollstrecken. Nein! Nick! Nick! Rette mich! Nein! Ja, Nenelein als Maya Feng. Okay, so, das waren leider alle Cosplayer und Cosplayerinnen, die dieses Jahr angetreten sind. Die Jury darf sich jetzt Gedanken machen und ihr dürft euch ebenfalls Gedanken machen und ich gehe davon aus, dass ihr euch noch weiterhin super amüsieren werdet auf der Makko. Liebe Jury, möchtet ihr noch irgendetwas loswerden? Bitte! Im Namen von Ekemaus und Pia bedanke ich, Kira, mich bei allen, die da sind, die Zugschutzt haben, die Cosplayer unterstützt haben und bei den Cosplayern, die jedes Jahr das Niveau des österreichischen Cosplay um eine Stufe höher heben. Ich danke euch allen. Genau. Und in diesem Sinne bitte noch einmal einen abschließenden Applaus, einen abschließenden großen Applaus für diesen großen, großen Cosplayer. Ich darf euch im Namen der Makko herzlich bedanken und noch viel, viel Spaß mit dem weiteren Programm wünschen. Heute Abend gibt es den AMV-Wettbewerb, es gibt noch Spiele zu spielen im Gamesraum, es gibt Nudelwettessen, das leider Gottes jetzt angefangen hat. In diesem Sinne viel, viel Spaß weiterhin auf der Makko-Menschen. Wir haben jetzt wirklich Sessel gerufen. Was? Wir wollten unbedingt, dass wir Sessel rausbringen. So. Nein. Nein, aber man hat... Nein, so. Untertitelung des ZDF, 2020